Musik Seit Ende 2015 steuert Mitsubishi Electric Deutschland die Aktivitäten für viele Produktbereiche in Europa von der neuen Deutschlandzentrale in Ratingen bei Düsseldorf aus. 38 Jahre fortlaufende Expansion am Standort Ratingen machte den Neubau notwendig. Zuletzt war der Unternehmenssitz über vier verschiedene Gebäude verteilt. In knapp zwei Jahren Bauzeit entstanden auf dem 9.500 Quadratmeter großen Gelände 16.000 Quadratmeter Bürofläche für bis zu 750 Mitarbeiter. 1921 in Tokio gegründet, zählt die Mitsubishi Electric Cooperation heute zu den weltweit größten Unternehmen in Entwicklung und Produktion elektrischer und elektronischer Geräte. Die futuristisch anmutende World of Mitsubishi Ausstellung im Foyer des neuen Gebäudes führt Besucher durch die Geschichte des Unternehmens und weist in die Zukunft der technologischen Entwicklung. Mit 110 Standorten in über 30 Ländern ist Mitsubishi Electric führend in der Entwicklung ressourcenschonender Technologien. 129.000 Mitarbeiter erwirtschafteten im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 31,2 Milliarden Euro. Die neue Deutschlandzentrale in Ratingen hat Mitsubishi Electric mit eigenen Technologien ausgestattet. Mit der eingesetzten Klimatechnik kann der gesamte Wärme- und Kälteenergiebedarf des komplexen Bürogebäudes auf Basis erneuerbarer Energieträger abgedeckt werden. Mit der Wärme-Rückgewinnungsfunktion wird abgeführte Wärmeenergie aus einem zu kühlenden Raum einem anderen Raum mit Wärmebedarf zugeführt oder zur Warmwassererzeugung genutzt. Der Neubau soll ein Showroom für all unsere Produkte sein und wir sind froh, dass wir mit diesem Einbau der Produkte, vor allen Dingen mit der Heiz- und Kühltechnik, die höchste RIT-Zertifizierung Platin erreichen konnten. Mitsubishi Electric setzt auf nachhaltiges Wachstum, auch beim Personal. Die meisten Mitarbeiter bleiben dauerhaft im Unternehmen. Neben der großzügigen Architektur sorgt das positive Miteinander für die gute Atmosphäre am Standort Ratingen. Europa und insbesondere Deutschland ist einer der Schlüsselmärkte für unsere Aktivitäten und es gibt immer noch vieles, das wir hier erreichen wollen. Indem wir den Fokus auf die Energiewende und Energieeffizienz legen, schaffen wir eine wichtige strategische Basis für das weitere Wachstum unseres Unternehmens. Damit stehen wir mit der ökologischen Philosophie von Mitsubishi Electric absolut im Einklang. Mit der Errichtung der Deutschlandzentrale in Ratingen gibt Mitsubishi Electric ein klares Bekenntnis zum Standort NRW ab. Und das mit Perspektive, denn auch für die kommenden Jahre sind weitere Investitionen geplant. Dies alles macht Mitsubishi Electric zu einem würdigen Preisträger des NRW Invest Awards 2016.